Schön, dass du da bist. Heute geht's weiter mit dem 22. Kapitel. Atlanta. Der Affe im Kulturwald. Wie sollen wir mit Menschenaffen umgehen? Ich wünsche euch viel Spaß. Jerome starb am 13. Februar 1996. Zehn Tage vor seinem 14. Geburtstag. Er war erst im Teenageralter, aber desinteressiert, aufgedunsen, depressiv, ausgelaugt und anähmisch und litt an Durchfall. Seit elf Jahren hatte er nicht mehr an der frischen Luft gespielt. Als 30 Monate alter Säugling war er vorsätzlich mit dem HIV-SF2-Virus angesteckt worden. Mit vier Jahren war er mit LAV-1, einem weiteren HIV-Typ, infiziert worden. Einen Monat vor seinem vierten Geburtstag hatte man ihm NDK eine dritte Art verabreicht. So beginnt der Bericht des Juristen Stephen Wise, Dozent an der Harvard Law School in Needham, über den Versuchsschimpansen Jerome, der als einer von elf isoliert gehaltenen Menschenaffen in einer fensterlosen Zelle aus Stahl und Beton im Chimpanzee Infectious Disease Building, der Emory University of Atlanta, gehalten wurde und starb. Wise ist Präsident des Center for the Expansion of Fundamental Rights in Boston, Massachusetts. Engagiert verpflichtet er die Idee, die drei wichtigsten Menschenrechte in Zukunft auch auf die großen Menschenaffen auszudehnen. Das unantastbare Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit und freie persönliche Entfaltung. Die Forderung, Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans grundlegende Menschenrechte zu verleihen, kam vor 14 Jahren auf. Urheber sind Peter Singer und die italienische Tierrechtlerin Paola Cavalieri. Gemeinsam veröffentlichten sie im Jahr 1993 ein Buch, das zugleich Manifest einer neu gegründeten Organisation ist. Die Great Ape Project. Ihre Sicht der Menschenaffen ist darin klar formuliert. Affen haben ein soziales und emotionales Leben ähnlich dem Menschen und ihre Intelligenz steht der unseren kaum nach. Gleichwohl erhalten sie keinen vollen rechtlichen Schutz. Für Peter Singer und Paola Cavalieri ist das ein Skandal. Haben die beiden Philosophen recht? Müssen wir unser Verhältnis zu den großen Menschenaffen ändern? Immerhin schon der Schwede Karl von Linne, der Erfinder der wissenschaftlichen Nomenklatur im 18. Jahrhundert, hatte in seinem ersten Einordnungsversuch Mensch und Schimpanse, Homo sapiens und Homo toglodytes, als Angehörige derselben Gattung betrachtet. Dass er damit nicht völlig falsch lag, zeigte sich 230 Jahre später. Im Jahr 1984 veröffentlichten Charles Sibley und John Alquist, zwei Molekularbiologen an der Yale University, die Ergebnisse ihrer langjährigen DNS-Untersuchungen von Menschen und Affen. Ihre Ergebnisse gelten heute als wissenschaftliches Allgemeingut. Danach unterscheiden sich Orang-Utan und Mensch in etwa 3,6 Prozent ihrer Erbanlagen, Gorilla und Mensch in etwa 2,3 Prozent. Die Differenz zu Schimpanse und Bonobo beträgt ungefähr gleich viel, nämlich jeweils 1,6 Prozent. Besonders prekär allerdings werden diese recht abstrakten Zahlen dann, wenn man gewahr ist, dass der Unterschied zwischen Schimpanse und Gorilla bei über 2 Prozent liegt und dass die beiden untersuchten Gibbon-Arten zu etwa 2,2 Prozent voneinander abweichen. Die mutmaßliche genetische Differenz zwischen Homo sapiens und Pan-Toglodytes, wie er heute heißt, ist also erstaunlich klein. 98,4 Prozent der menschlichen DNS ist Schimpansen-DNS und beide Spezies sind in etwa so nahe verwandt wie Pferde und Esel. Molekularbiologisch stehen sie enger zusammen als Mäuse und Ratten, Kamele und Lamas. In Anbetracht dieser Ergebnisse plädiert der Evolutionsbiologe Jared Diamond von der University of California in Los Angeles für ein neues System bei der Einordnung von Menschenaffen. Künftig, meint Diamond, werden die Biologen die Dinge wohl etwas anders sehen müssen, nämlich aus der Perspektive der Schimpansen. Danach besteht nur ein schwacher Gegensatz zwischen den ein wenig höher stehenden Menschenaffen, den drei Schimpansen einschließlich des Menschen-Schimpansen und den ein wenig tiefer stehenden Gorillas, Orang-Utans, Gibbons. Die traditionelle Unterscheidung zwischen Menschenaffen, definiert als Schimpansen, Gorillas und so weiter, und Menschen entspricht nicht der Realität. Die Aussagekraft der biologischen Fakten erscheint sensationell. Gibt es angesichts dessen noch Zweifel daran, dass Menschenaffen und Menschen quasi gleich sind und damit zumindest quasi gleich behandelt werden müssen? Es gibt einen solchen Zweifel, und er kommt aus der Evolutionsbiologie selbst. Es müssen nämlich noch ganz andere biologische Kriterien bei der Einordnung herangezogen werden, als allein die genetische Nähe. Stammesgeschichtlich betrachtet sind zum Beispiel Krokodile und Taubennähe miteinander verwandt als Krokodile und Schildkröten. Gleichwohl zählen die Biologen, Krokodile und Schildkröten zu den Reptilien, Tauben hingegen nicht. Entscheidend für die Einordnung im biologischen System ist demnach nicht allein der Verwandtschaftsgrad, sondern es sind zusätzlich auch Faktoren wie Umweltanpassung und Lebensweise. Doch wie sehr unterscheiden sich Menschenaffen und Menschen in solcher Hinsicht? Sollte tatsächlich zutreffen, was Tiervater Brehm schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts argwöhnte? Unser Widerwille gegen die Affen begründet sich ebenso wohl auf deren leibliche wie geistige Begabungen. Sie ähneln dem Menschen hinsichtlich ihres Leibes nur oberflächlich, geistig, aber bloß im schlechten Sinne und nicht im guten. Den Nachweis einer Kulturleistung bei Affen glaubten in den 50er und 60er Jahren japanische Verhaltensforscher erbracht zu haben, als sie eine Kolonie von Rotgesichtsmakaken im Freiland auf der kleinen Insel Kojima beobachteten. Ohne menschliche Anleitung lernten einige jüngere Makaken Verhaltensweisen, die man bei frei lebenden Affen noch nie zuvor gesehen hatte. Berühmt gewordene Neuerkundungen waren das Waschen von erdigen Kartoffeln vor dem Verzehren, das sogenannte Goldwaschen, bei dem Makakenweizen und Sandkörner durch Schlemmen im Wasser trennten, sowie die Erschließung neuer Nahrungsquellen wie Seetang und Muscheln im Meer. Bezeichnenderweise wurden diese Fähigkeiten von anderen Mitgliedern der Kolonie kopiert und kulturell an künftige Generationen weiter vermittelt. Beobachtungen bei Menschenaffen gehen darüber noch weit hinaus. Die berühmte englische Primatenforscherin Jane Goodall berichtete Ende der 60er Jahre davon, dass Schimpansen in der Natur mit Hilfe zusammengepresster Laubblätter Wasser aus engen Spalten heraussaugen, mit Grashalmen nach Termitenangeln und sogar Blätter von Stängeln streifen, um damit ein Werkzeug herzustellen. Als Jane Goodall dem Paleanthropologen Louis Leakey von ihren Beobachtungen berichtete, erhielt sie das inzwischen legendäre Telegram. Wir müssen jetzt Werkzeug neu definieren oder Mensch neu definieren oder Schimpansen als Menschen akzeptieren. Der schillerndste und für besonders wichtig erachtete Maßstab im Vergleich Mensch und Affe aber ist die Sprache. Genauer, die menschliche Sprache. Dass es ein komplexes Laut- und Kommunikationssystem unter Affen gibt, wird von niemandem ernsthaft bestritten. Auch Affen verfügen über das Wernicke-Areal für Wortverständnis im Schläfenlappen und das Brocker-Areal für Wortartikulation und Grammatik im Stirnhirn. Aber warum vermögen sie dann nicht nach Menschenart lautsprachlich differenziert zu kommunizieren? Die Antwort ist verblüffend einfach. Das Geheimnis der menschlichen Sprache liegt, wie bereits erwähnt, im Kehlkopf. Vergleiche die Fliege im Glas. Er sitzt um einige Zentimeter tiefer als bei allen anderen Affen, einschließlich der Menschenaffen. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beeinflussten sich die Änderungen im Kehlkopfbereich des frühen Homo sapiens und die Weiterentwicklung der Gehirnzentren für symbolische Kommunikation wechselseitig. Ein Prozess, der bei den anderen Affen ausblieb. Gleichwohl gibt es bei Sprachexperimenten einige Erfolge. In den 60er Jahren erregten die Versuche von Beatrice und Robert Gardner von der Nevada University aufsehen, als sie die Schimpansen Washu und Lucy in Amoslam unterrichteten, einer amerikanischen Zeichensprache, die von hörbehinderten Menschen benutzt wird. Den Gardners zufolge lernten die beiden jungen Schimpansen einen Wortschatz von einigen hundert Worten. Menschenaffen sind dazu fähig, abstrakte Symbole für Objekte, Situationen und Handlungen zu verwenden und diese mit bestimmten Leuten, Tieren oder Gegenständen zu verknüpfen. Zu diesem Ergebnis kam in den 80er Jahren auch die Psychologin Sue Savage-Rumbo bei ihren Versuchen mit dem Bonobo kannt sie. Das Tier beherrschte innerhalb von zwei Jahren eine Tastatur mit 256 Wortsymbolen und war in der Lage, damit routinemäßige Bitten zu äußern, einen Sachverhalt zu bestätigen, etwas nachzuahmen, eine Alternative auszuwählen oder ein Gefühl auszudrücken. Überdies reagierte Kant sie auf einige hundert Wörter der gesprochenen englischen Sprache. Die Versuche von Lynn White-Miles von der University of Tennessee in Chattanooga bestätigen vergleichbare Ergebnisse auch für Orang-Utans. All dies wird allerdings noch weit übertroffen von dem Gorilla-Weibchen Coco im kalifornischen Woodside, südlich von San Francisco. Nach 25 Jahren intensiven Trainings beherrscht Coco mehr als tausend Begriffe der amerikanischen Gebärdensprache und versteht rund 2000 englische Wörter. 1998 gab es bereits den ersten Live-Chat mit Coco im Internet. Ihre Sätze sind zwischen drei und sechs Wörter lang, schaffen Zeitbezüge und enthalten sogar Witze. Cocos fachgerecht getesteter IQ beträgt zwischen 70 und 95 Punkte auf der Skala. 100 Punkte bescheinigen Menschen eine normale Intelligenz. Coco kann reimen. Sie reimt Do auf Blue und Squash auf Wash und erfindet Metaphern wie etwa Pferdtiger für ein Zebra und Elefantenbaby für eine Pinocchio-Puppe. Auf die Frage, warum Coco nicht wie andere Menschen sei, antwortet sie klug und richtig Coco Gorilla. In über 30 Jahren regelmäßigen Trainings hat sich die inzwischen hochbetagte Gorilladame eine größere Virtuosität in der Menschensprache angeeignet als jedes andere nichtmenschliche Lebewesen zuvor. Von Coco lernen bedeutet, etwas über die Psychologie von Gorillas im Allgemeinen zu lernen, meint Patterson. Zum Beispiel, was sagen Gorillas, wenn sie sich freuen? Gorilla umarmen. Und was sagen Gorillas, wenn sie sich ärgern? Toilette Teufel. Eine bezeichnende Pointe an Cocos Erfolgen ist, dass sie nur unter isolierten Laborbedingungen möglich sind. Wild lebende Gorillas hingegen ebenso wie Zoo-Gorillas haben anderes zu tun, als sich um Menschengrammatik zu sorgen. Dennoch sind Gorillas allem Anschein nach intelligenter, als sie es für ihre natürliche Lebensraumorientierung und den Nahrungserwerb sein müssten. Wie beim Menschen, so entspringt auch die Intelligenz aller anderen Primatengehirne aus den Nöten und Notwendigkeiten des Sozialverhaltens. Von allen Herausforderungen der Affenwelt sind die Spielregeln des Hordenverbandes die kompliziertesten. Und auch die Intelligenz von Menschenaffen verdankt sich dem sozialen Schach. Diese Feststellung freilich zeigt zugleich, warum alle Sprachexperimente mit Menschenaffen problematisch sind. Erlernbar nämlich sind allein jene Bedeutungen, die in der Affenwelt vorkommen oder aus dieser abgeleitet werden können. Alles andere hingegen bleibt Menschenaffen natürlicherweise dunkel. Wie Menschen vieles von dem, was Menschenaffen tun, rätselhaft ist. Intelligenz ist also eng verbunden mit dem artspezifischen sozialen Umgang. Doch Experimente mit Menschenaffen messen die Leistungen der Tiere nicht an deren eigenem, sondern am arteigenen Maßstab des Menschen. Ihr auf diese Weise erforschter Spracherwerb gleicht ungefähr demjenigen von Zweijährigen. Ihre Rechenkünste, wie die vor einigen Jahren veröffentlichten Fertigkeiten des Schimpansenweibchens Ai in Kyoto, erreichen mitunter das Leistungsniveau von Vorschulkindern. Der damit erbrachte Beweis lautet, dass Menschenaffen auf Kosten ihrer normalen, arteigenen Verhaltens- und Kommunikationsformen Sprache und Zahlensysteme in einigen wichtigen Grundzügen zu handhaben lernen. Doch was ist die moralische Konsequenz? Sprachfertigkeiten und Rechenkünste sind gemeinhin nicht das Kriterium für die Zugehörigkeit zur menschlichen Moralgemeinschaft. Geistig schwerstbehinderte Menschen oder Säuglinge verfügen diesbezüglich kaum über nennenswerte Fertigkeiten. Gleichwohl genießen sie zu Recht einen vollständigen moralischen Schutz, der Menschenaffen nahezu überall verwehrt ist. Während einerseits Schimpansen und Gorillas sich in Labors durch Rechen- und Sprachkunststücke in die menschliche Moralgemeinschaft hineinzuschreiben scheinen, ist andererseits bei Menschenintelligenz gar nicht der Maßstab für die moralische Rücksichtnahme. Gleichwohl benutzen die Vertreter des Great Ape Project die Intelligenzleistungen von Menschenaffen durchaus als Argument. Nicht nur die Gene, sondern auch grundlegende geistige Eigenschaften wie Selbstbewusstsein, Intelligenz, komplexe Kommunikationsformen und soziale Systeme verbänden menschliche und nichtmenschliche Menschenaffen zu einer moralischen Gemeinschaft. Das Einlasskriterium ist der präferenzutilitaristische Begriff der Person. Da Menschenaffen Wünsche und Absichten haben und da sie Interessen verfolgen, seien sie Personen. Infolgedessen stünde ihnen nicht nur ein unbedingter Schutz zu, sondern sie hätten auch grundlegende Rechte. Menschenaffen hätten das Recht, nicht in Tierversuchen missbraucht und versehrt zu werden. Sie hätten das Recht, sich nicht im Zoo oder Zirkus zur Schau stellen zu müssen. Sie hätten das Recht, auf einen natürlichen Lebensraum ähnlich wie ein bedrohtes Naturvolk. Und nicht nur Artenschützer, sondern die UNO müsse sich um sie kümmern. Die Einwände gegen solche Forderungen sind schnell zur Hand. Ist es tatsächlich sinnvoll, von den Rechten der Menschenaffen auf körperliche Unversehrtheit, freie Entfaltung ihrer Person und so weiter zu reden, ohne zugleich darüber nachzudenken, wie sie ihre einhergehenden Pflichten erfüllen sollen? Wie etwa sollen die zur Menschengemeinschaft gezählten Menschenaffen in Zukunft Steuern bezahlen oder ihren Militärdienst ableisten? Frei von solcher Ironie stellt sich immerhin die Frage, was passiert, wenn ein Affe gegen Menschenrechte verstieße, die er zwar nicht selbst akzeptiert hätte, aber deren Schutz wir ihm gewähren würden? Wie soll man Krieg unter Schimpansen, qualvollen Mord und Kannibalismus unter Menschenaffen dann werten? Was macht man mit einem Affen, der einen Menschen verletzt oder gar tötet? Verurteilt man ihn nach jenem rechtlichen Maßstab, den wir an Personen anlegen? Eine zweite Krux des Great Ape Project ist seine logische Widersprüchlichkeit. Einerseits nämlich geht es den Tierrechtlern darum, die Grenze zwischen Mensch und Tier aufzuweichen, die als Speziesismus gebranntmarkt wird. Kriterium der Moral sei nicht, dass man der Spezies Mensch angehört, sondern dass man komplex empfindet und zumindest grundlegende Interessen besitzt. Menschen, so heißt es, müssen lernen, nicht von sich selbst auszugehen, sondern jedes Lebewesen zu akzeptieren, das die Bedingung erfüllt, eine Person zu sein. So weit, so gut. Wie aber kann das Great Ape Project unter solchen Voraussetzungen damit argumentieren, Menschenaffen gehörten deshalb moralisch bevorzugt behandelt, weil sie von allen Tieren dem Menschen am ähnlichsten sind? Einigen Tierrechtlern ist das Great Ape Project deshalb noch viel zu lasch, zu inkonsequent oder anthropozentrisch. Ähnlich wie konservative Kritiker, die generell nichts davon wissen wollen, die Tier-Mensch-Grenze zu verschieben, fragen sie, was genau damit gewonnen ist, die neue Grenze nicht zwischen Mensch und Schimpanse, sondern zwischen Orang-Utan und Gibbon zu errichten. Die Rechtfertigung der Anwälte des Great Ape Project ist der symbolische Charakter ihrer Forderung. Auch Peter Singer möchte die Grenze gerne über den Gibbon hinaus verschieben und allen leidens- und glücksfähigen Tieren Rechte zusprechen. So gesehen sei die Forderung nach Menschenrechten für die großen Menschenaffen nur ein erster Schritt. Ein Versuch übrigens mit ersten Erfolgen. Im Oktober 1999 bescheinigte die Regierung Neuseelands allen im Land lebenden Menschenaffen, etwa 30 an der Zahl, ein unantastbares Recht auf Leben. Und auch Großbritannien untersagt seit 1997 jeden Tierversuch mit großen Menschenaffen. Der Beginn eines großen Umdenkens könnte es in der Tat nicht sein, dass die uralte Tier-Mensch-Grenze inzwischen hinfällig geworden ist? Und sollte sich statt einer traditionellen Ethik nicht lieber die Kognitionswissenschaft der Sache annehmen? Wie gesehen formuliert die Hirnforschung ganz neue Hierarchien im Verhältnis von Impulsen und Reflexen, Reaktionen und Verarbeitungen. Wir wissen heute, dass das Bewusstsein des Menschen nur sehr eingeschränkt eine Sache der Vernunft ist. Das meiste in unserer Welt ist vorsprachlich festgelegt, als Folge von Fähigkeiten, die Menschen und andere Tiere gemeinsam haben. Der klare Verstand als zentrales Merkmal des menschlichen Handelns ist eine Fiktion. Ob wir Menschenaffen deshalb in Zukunft eher als Menschen oder als Tiere betrachten, bleibt allerdings eine Frage der Definition. Denn man wird es wohl kaum besser sagen können als der japanische Primatenforscher Toshisada Nishida. Schimpansen sind bezaubernd auf ihre eigene Art. In einigen Hinsichten sind sie uns unterlegen, in anderen überlegen. In jedem Fall aber zwingt uns der heutige Stand der Kenntnisse von Menschen und Menschenaffen zu einem Umdenken, was auch immer davon ins Kleingedruckte von Gesetzestexten gelangt. Die Richtung scheint klar. Je mehr uns die Hirnforschung zeigt, umso näher rücken wir unseren nächsten Verwandten. Die Ergebnisse der gegenwärtigen Verhaltenspsychologie werden dabei schon bald hinter den Einsichten der Hirnforscher verblassen. Und mit ihr solche weisen, drolligen und beruhigenden Einsichten wie jene, die die Gorilladame Coco, dem Vorurteil entgegensetzte, Tiere besäßen keine Ahnungen vom Tod und hätten keine Vorstellung davon. Was ist der Tod? fragte Francine Patterson ihren Schützling. Coco überlegte, dann deutete sie auf drei Zeichen. Gemütlich, Höhle, auf Wiedersehen. Als Charles Darwin den Ursprung des Menschen aus dem Tierreich bewies, hatte er sich gleichwohl lange davor gescheut, den Menschen als ein intelligentes Tier zu bezeichnen. Und noch im 20. Jahrhundert erfand der berühmte Evolutionsbiologe Julian Huxley, ein Enkel von Darwins Mitstreiter Thomas Henry Huxley, für den Menschen einen ganz eigenen biologischen Seinsbereich, Psychosua. Die Hirnforschung aber holt uns heute aus diesem edlen Reservat zurück zu unseren Verwandten. Auch sie sind keine Automaten und keine niederen Wesen. Auch sie haben einen Wert, den wir berücksichtigen müssen. Doch wo fängt dieser Wert in der Natur an? Ist alle Natur schützenswert? Und müssen wir tatsächlich alles Belebte um uns herum bewahren? Kapitel 23 Hoffentlich ein bisschen ruhiger. Die Qual der Wale Warum sollen wir die Natur schützen? Die Qual der Wale Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, den Lärm vorm Fenster hab nur ich so laut wahrnehmen können und ihr nicht. Das nächste Mal wird's bestimmt etwas ruhiger. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr meinen Kanal abonnieren und mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich freu mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.